ja hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen folge hier auf meinem youtube kanal chris thailand schön dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines news update für euch vorbereitet heute am dritten märz 2023 und vor ab wünsche ich euch allen erstmal einen guten start ins wochenende ein schönes wochenende ich hoffe es geht euch allen gut und ich würde sagen wir starten direkt mit dem ersten artikel da berichtet der verlang.com thailand verzeichnet zwei millionen ausländische besucher bangkok die thailändische tourismusindustrie hat sich weiter positiv entwickelt im januar konnte das königreich über zwei millionen internationale touristen begrüßen jüngsten daten zufolge hat thailand im vergangenen monat insgesamt 2,14 millionen ausländische besucher empfangen was ein positives zeichen für die wirtschaft des landes ist die meisten dieser touristen kamen berichten zufolge aus nachbarländern wie china malaysia und laos der artikel geht noch ein bisschen weiter die links für den artikeln packe ich euch wie gewohnt unten in die beschreibung rein wenn ihr euch das noch mal in ruhe durchlesen möchtet dann habe ich einen artikel rausgesucht ebenfalls von der verlangen.com drecksbrühe am strand schockiert touristen schwarzes stinkendes wasser bringt behörden in karon in bedrängnis puket touristen in puket waren schockiert als die letzte woche am nördlichen ende vom strand in karen schwarzes übles riechendes abwasser ins meer flossen sahen es wurde vermutet dass das schwarze wasser aus einer kläranlage in der nähe des nonghan sees stammt woraufhin beamte der zuständigen behörde die anlage inspizierten auch der artikel geht noch ein bisschen weiter dann habe ich noch einen artikel rausgesucht von thailand.info mit quellenangabe the pataya news ausländisches paar bei viralem video bei angeblich obszönen handlungen in der öffentlichkeit in der nähe der bühne des musikfestivals von pataya erwischt pataya ein ausländisches paar wurde von einer kamera gefilmt als es anscheinend obszöne sexuelle handlungen in der öffentlichkeit neben der im bau befindlichen bühne des pataya music festival am strand von pataya durchführte ein zweiminütiger videoclip eines ausländischen paares das obszöne handlungen vorführte ging diese woche in den sozialen medien von pataya viral nachdem ein besorgter bürger das filmmaterial gefilmt und online gestellt hatte auch der artikel geht noch ein bisschen weiter ja was sagt ihr zu dem ganzen schreibt mir doch mal gerne eure meinung zu den vorgetragenen themen in die kommentare das war es auch schon wieder von dem news update wenn euch meine videos gefallen dann würde ich mich freuen wenn ihr einen daumen nach oben da lasst den kanal abonniert ich bedanke mich fürs zuschauen und sagt bis zum nächsten mal bleibt alle miteinander gesund macht's gut tschau tschau